Und du? Ich habe eine Freudenbotschaft für dich. Jesus opferte seine Seele für dich, damit du aus Tod und Sünde befreit wirst und das Licht des Lebens erhältst. Er tat es auf Golgatha für dich ganz persönlich, damit du zu Gott kommen kannst. Glaubst du das? Nimmst du dieses wertvolle Geschenk an? Entscheide dich bitte jetzt bewusst dafür, denn es ist Zeit, aufzuwachen. Eph. 5,13,14 Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird, denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Neulich war ich auf einer Beerdigung und jemand zeigte mit dem Finger auf das tiefe Grab und sagte zu mir, egal woher wir kommen, am Schluss landen wir alle in so einem Loch. Ich antwortete, wichtig ist, ob unser Geist und unsere Seele dorthin kommen und streckte meinen Finger zum Himmel hinauf. Lieber Leser, früher oder später wirst du sterben. Es liegt ganz bei dir, ob deine Seele danach in den Tod geht oder bei Gott lebt, ob sie in das tiefe Loch fährt oder ins himmlische Jerusalem gelangt, ob sie in Finsternis und Gottferne bleibt oder die strahlende Herrlichkeit Gottes sehen darf. Wie du das zu deinem Besten entscheidest? Durch gute Taten und noch viel mehr gute Taten? Nein, allein durch den Glauben daran, was Jesus für dich tat. Lass dich nicht anführen, du hast eine Seele und Jesus gab seine Seele in den Tod, damit deine Seele nicht dorthin kommen muss. Wenn du darauf vertraust, hast du das Leben bereits jetzt und wirst den Tod nicht sehen, auch wenn du stirbst. Sogar für deinen Leib gibt es Hoffnung. Tue deinem Geist und deiner Seele etwas Gutes. Glaube an Jesus Christus als den einzigen Weg zu Gott. Sag Ja zu dieser Wahrheit. Lass dich vom Heiligen Geist erleuchten. Vertraue dem, was er dir durch das Wort Gottes ins Herz spricht. Gib Jesus dein Leben und wende dich von den frommen Dienern der Ungerechtigkeit und ihrem gesetzischen Bibelwort ab, denn sie stehlen dir den Weg in den Himmel und kommen selbst nicht hinein. Die Wahrheit befreit, die Lüge Satans versklavt. Höre auf die Stimme des idealen Hirten und meide die Stimme der gesetzischen Lohnarbeiter, denn sie lieben dich nicht, sie würden niemals ihre Seele für dich geben. Glaube an das wahre Evangelium Gottes. Sei ein Zeuge der Gnade Jesu und freue dich. Höre auf die Stimme des Jerusalem Gottes. Höre auf die Stimme des, die Leib. Höre auf die Stimme des gesetzischen Bundeskampel. Höre auf die Stimme des Stimme des Stimme des Lebenskampels. Höre auf die Stimme des 타 Geist undsaus und Höre auf die Stimme des Stimme des Shorses und